Inspektor Henderson ist hier, um Sie zu verhaften. Verhaften? Mich? Ja, das ist doch wohl ein Witz, meine Herren. Weshalb denn? Was kann man mir denn vorwerfen? Im Augenblick zum Beispiel Hausfriedensbruch. Aber Inspektor, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Ich bin hierher gekommen, um dem Prinzen seinen Butler auszuliefern, den ich auf frischer Tat dabei ertappt habe, wie er ins Nebengebäude einbrechen wollte. Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr. Mr. Hunter, wollen Sie leugnen, dass Sie mich mit der Pistole bedroht haben? Aber, aber, das haben Sie doch völlig missverstanden. Ich wollte lediglich Ihren Diener in Schach halten, damit er nicht davonläuft. Gut, gut, Hunter, lassen wir das. Was hatten Sie denn eigentlich hier zu suchen? Warum sind Sie hierher gekommen? Ein Besuch unter Freunden, Inspektor. Der Prinz und ich kennen uns schon seit längerer Zeit. Ist es nicht so, Hoheit? Also, wenn Sie auf Ihrer Bekanntschaft den sogenannten schwarzen Club anspielen, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber gern, Inspektor. Wollen Sie denn beitreten? Sie wissen hoffentlich, dass die Mitgliedergebühr nicht ganz billig ist. Das ist mir bekannt, Mr. Hunter. Und mir ist noch verschiedenes anderer bekannt. Ich glaube nicht, falls Sie das meinen sollten, dass Sie mir auch nur die geringsten Unregelmäßigkeiten werden nachweisen können. Sie haben immer noch nicht meine Frage beantwortet, Mr. Hunter. Was hat Sie hierher geführt? Wollen Sie das wirklich wissen? Sonst hätte ich Sie nicht gefragt. Ich hab Sie dann hier genesen. Also, esult hat sie Priorität coolt. Untertitelung des ZDF, 2020